Meine Birnen mit Fassung sind endlich angekommen. Die Fassung wirklich sehr gut verpackt. Hier sind diese wunderschönen Birnen. Ich putze hier nur eine im Bild. Wenn man das nachher anschließen möchte, dann muss man es natürlich zerlegen. Diese hier habe ich jetzt schon mal vorzerlegt. Das ist eine zusammengebaute. Das ist im Prinzip eine relativ einfache Geschichte. Das ist richtig hochwertig, ein paar zu lang. Anschließen. Dann sind die Drähte dran, dann wird das wieder reingeschraubt. Und dann erscheint da oben wieder der Rest davon. Und darauf kommen dann wieder diese beiden Sachen. Ich schraube jetzt erstmal das da wieder fest. Hier kommt dann das Kabel durch. Dann ist das hier oben ganz gesichert. Und hier unten kann man jetzt optional eben noch einen Lampenschirm drauf machen. Dann kommt der Sicherungsring wieder drauf. Dann hat man seine Lampe angeschlossen. Dann kommt diese hübsche Birne rein. Und schon hat man eine sehr, sehr schöne Ernte.